Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Dresden beginnen heute die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit. Drei Tage lang gibt es ein Bürgerfest und zahlreiche Veranstaltungen. Es werden hunderttausende Besucher erwartet. Zum offiziellen Festakt am Montag kommen auch Bundespräsident Gauck und Bundeskanzlerin Merkel nach Dresden. Die Sicherheitsvorkehrungen sind noch einmal verschärft worden, nachdem Unbekannte am vergangenen Montag zwei Sprengstoffanschläge verübt hatten. Volkswagen hat sich in den USA mit Autohändlern auf einen Vergleich geeinigt. Der Autokonzern bietet den rund 650 Vertragspartnern Entschädigungszahlungen in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar an. Damit sollen Verluste ausgeglichen werden, die im Zuge des Abgasskandals entstanden sind. Ein Gericht in San Francisco muss noch zustimmen. Ende Juni hatte sich VW bereit erklärt, US-Autobesitzern Entschädigungen in Höhe von insgesamt rund 15 Milliarden Dollar zu zahlen. Im Kampf gegen Fluchtursachen hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben etwa 34.000 Arbeitsplätze in den Krisenregionen um Syrien geschaffen. Wie die Funke Mediengruppe berichtet, sollen es bis Jahresende 50.000 Jobs in der Türkei, im Libanon, Irak und in Jordanien sein. Das Entwicklungsministerium zahlt demnach die Gehälter für Flüchtlinge und Bewohner, die in den Krisenländern beispielsweise Unterkünfte bauen oder Straßen reparieren. In Kolumbien haben Anführer der linken Rebellengruppe FARC Hinterbliebene von Opfern um Vergebung gebeten. Seit Tagen reisen Anführer der Gruppe durch das Land, um sich wie hier in Apatado bei Angehörigen für ihre Gräueltaten zu entschuldigen. Die Kolumbianer stimmen morgen über das von Regierung und FARC ausgehandelte Friedensabkommen ab. Es soll den seit 52 Jahren andauernden Bürgerkrieg beenden, bei dem hunderttausende Menschen getötet wurden. Aufsteiger Leipzig bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Hasenhüttl gewann zum Auftakt des sechsten Spieltages mit 2 zu 1 gegen den FC Augsburg. Die Treffer für Leipzig erzielten Forsberg und Paulsen. G traf für die Gäste. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute im Südosten freundlich, im Nordwesten zum Teil gewittrige Schauer. Dazwischen meist stark bewölkt und gebietsweise Regenfälle 13 bis 25 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.